So, willkommen zu einer neuen Folge Pokémon GO! Ich hab gerade die Raid Mania gemacht, gestreamt, wie auch immer, es hat wieder mega Spaß gemacht, war richtig cool, war richtig actionreich. Pupsi war dabei, ihr war dabei, wenn ihr dabei wart, dann wart ihr dabei, genau. Hab auch ein Shiny bekommen, nochmal von Giratina, morgen der Raid Boss wechseln und ich hab gedacht, ich hau jetzt abends, weil ich so gute Laune hab und gleich Wrestling kommt um 22 Uhr noch schnell zwei Infovideos raus. Und zwar dieses und das zur Safari-Zone, einfach zur Vollständigkeit halber. Update für das Sticker-Feature in Pokémon GO! Das ganze Ding ist eigentlich überhaupt gar kein Infovideo wert, ich möcht's aber trotzdem mal machen. Trainer, bald wird ein Update am Sticker-Feature in Pokémon GO vorgenommen. Eigentlich haben sich alle in der Spotlightstunde auf zur Ruhe gefreut und sind übelst abgegangen, oh mein Gott, oh mein Gott, dann haben sie es verkackt, dann haben sie es komplett abgeschalten, jetzt ist es weg. Vielleicht gibt's Ersatz irgendwann, muss ja überhaupt auf jeden Fall wieder mal eine Meisterleistung. Und warum ist alles so fehlerhaft? Weil Najentic in Hochtouren natürlich immer an neuen Stickern arbeitet und neuen Möglichkeiten, die Sticker zu sortieren und zu horten und zu sammeln. Und ja, freut ihr euch auf ein Sticker-Update? Sammelt ihr überhaupt Sticker? Ich krieg die immer irgendwo her, ohne dass ich das mitkrieg. Ich hab noch nie bewusst ein Sticker an ein Geschenk geklebt. Eigentlich ist das ja schön, dass man sich die Mühe macht, du möchtest dem Ramses ein Geschenk schicken. Du hast so eine schöne Postkarte, du hast so einen schönen Sticker, du klebst extra diesen Sticker, den du aus tausend Stickern auswählst. Das hat ja eine Bedeutung, dass du genau diesen Sticker nimmst, um ihm diesen Sticker zu zeigen. Und er achtet beim Öffnen gar nicht darauf, was das für ein Sticker ist und er landet in der Tonne. Eigentlich eine Riesenverschwendung. Aber ein nettes Feature, was ich selber aber überhaupt gar nicht nutze. Nutzt ihr das aktiv? Freut ihr euch über Sticker? Mal ehrliche Meinung jetzt wirklich unten rein, weil ich weiß, beim Sticker spalten sich wieder mal die Nationen. Die einen sagen, komplett sinnlos, die anderen haben voll ihre Freude dran. Durch dieses Update wird eure Sticker-Sammlung noch übersichtlicher. Die Sticker werden nach Kategorie gruppiert, damit ihr schnell den passenden Sticker für jedes Geschenk auswählen könnt. Wir hoffen, dass es euch dadurch noch leichter fällt, eure Sticker zu durchsuchen und diese mit Geschenken zu versenden. Und dass viele tolle Geschenke und Erinnerungen entstehen. Weitere Details, so sieht man auch schon mal hier in der Übersicht. Weil normal hast du ja, ne das ist schon hier so, normal hast du ja einfach alle Dinger kreuz und quer durcheinander. Und dann hast du einzelne Rubriken. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, die Sticker-Sammlung zu verwenden. Wenn ihr ein Geschenk versendet, könnt ihr auf Sticker hinzufügen tippen, um die neue Sticker an sich zu öffnen. Die Sticker sind in verschiedene Kategorien gruppiert, vorgestellt, neu, Botschaften, Pokémon, Charaktere und verschiedenes. Wenn ihr nach oben wischt, werden weitere Sticker in eurer Sammlung angezeigt. Ihr könnt eure Sammlung ähnlich wie die Pokémon-Box durch scrollen durchsehen. Durch Tippen auf eine Kategorie gelangt ihr zu den zugehörigen Stickern. Tippt beispielsweise auf Botschaften, um zu Stickern mit Text zu gelangen. Einige Kategorien wie Pokémon haben Unterkategorien, damit die Sticker noch besser sortiert werden können. Auf den folgenden Screenshots seht ihr, wie ihr eure Pokémon-Sticker nach Region sortieren könnt. Also Pokémon, dann habt ihr hier Kando, Yodo, Höhn, Sino, Unnova, alles sortiert. Und das Beste natürlich zum Schluss, es gibt auch wieder ein Sticker-Sonderangebot im Shop, was ihr kaufen könnt. Habt ihr schon mal einen Sticker gekauft? Ernsthaft jetzt? Gibt es Leute, die schon mal einen Sticker im Shop gekauft haben? Warum? Habe ich nicht. Habe ich nicht vor. Egal wie schön die aussehen, würde ich jetzt nicht unbedingt machen. Ja, aber man kauft ja auch Klamotten, bräuchte man auch nicht unbedingt, ist aber trotzdem zur Verschönerung und zur Verniedlichung macht man das. Sticker-Sonderangebot. Zur Feier dieses Updates sind die meisten Sticker, die bislang in Pokémon Go verfügbar waren, zu einem Sonderpreis im Shop erhältlich. Dieses Angebot ist nur von Montag, dem 31. Oktober, 21 Uhr, bis Mittwoch, den 2. November, 21 Uhr, verfügbar. Nutzt die Gelegenheit, euch die Sticker zu schnappen, die ihr in der Vergangenheit verpasst habt. Also wenn es da jetzt wirklich so einen riesen Beutel gibt mit allen Stickern, die es bisher gab, sodass eure Sammlung komplett voll ist, würde ich mir den natürlich gönnen. Einmal im Jahr. Du kaufst keine Sticker, nix und dann gibt es das super Sonderangebot. Jetzt für einen Klick kriegst du einfach alle Sticker, die es jemals gab. Richtig toll. Wer sammelt, der sammelt bestimmt auch sowas. Aber ne, war ein Spaß, werde ich mir natürlich nicht kaufen. Kauft ihr Sticker, sammelt ihr Sticker, verschickt ihr Sticker, werdet ihr euch das Sticker-Sonderangebot reinziehen, schreibt es mal in die Kommentare. Das war es auch schon von meiner Seite aus und gleich kommt noch ein Video über die Safari-Zone. Peace out, vorhaut euer Ramses.